Nach fast einer Woche bricht Bitcoin jetzt aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten aus. Was das Ganze mit den Spot ETFs zu tun hat, das Ganze wollen wir uns jetzt hier heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Timo und gemeinsam mit Finn und Liam werden wir euch heute wieder zu den wichtigsten Themen aus dem Cryptospace updaten. Dazu zählt natürlich der Inflow in die Bitcoin Spot ETFs. Hier gibt es heute sehr interessante Veränderungen in den Zahlen. Diese sind ja aktuell wirklich wegweisend für die neuesten Entwicklungen bei Bitcoin. Aber nicht nur das bewegt aktuell die Kurse. Die Europäische Union möchte jetzt ein neues Gesetz für Geldwäsche erlassen. Das Ganze würde wirklich einige grundlegende Änderungen für Bitcoin bedeuten. Darüber hinaus gibt es auch eine neue Entwicklung im Rechtsstreit Coinbase vs. SEC. Was es damit auf sich hat, das wird sich Finn gleich gemeinsam mit euch direkt nach dem Intro anschauen. Wenn es euch am Ende gefallen hat, gerne dem Video mal einen Daumen nach oben dalassen. Den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das würde uns natürlich supporten und wir starten jetzt einmal direkt rein ins Video. Wir haben heute wieder zwei sehr wichtige News, die wir uns anschauen wollen. Und werden natürlich nochmal darüber sprechen, was jetzt mit den Spot ETF In- und Outflows aktuell los ist. Und als allererstes schauen wir uns dazu nochmal hier die SEC erneut unter Beschuss an. Und zwar geht es darum, dass jetzt eine US-Bundesrichterin bzw. genauer gesagt Catherine Polk-Feyler, glaube ich, nimmt es mir nicht übel, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Sie hat jetzt nochmal mit Coinbase und der SEC zusammen eine Anhörung durchgeführt, indem sie nochmal genauer darauf eingehen wollte, ob bestimmte Kryptowährungen jetzt eine Security sind oder eben nicht. Dabei geht es darum, ob jetzt beispielsweise Coinbase wie auch andere Kryptobörsen illegalerweise oder unrechtmäßigerweise sozusagen das Handeln mit diesen Kryptowährungen ermöglicht haben. Und dazu gab es jetzt eben eine Anhörung, da wurden einige Fragen nochmal gestellt. Da wurden Ansichten der SEC sowie von Coinbase ausgetauscht. Und das Zwischenfazit, was jetzt hier festgestellt wurde, war im Endeffekt, dass es jetzt noch keine endgültige Antwort gibt. Es war eine vierstündige Anhörung und da stellte dir auch nochmal die US-Bundesrichterin fest, dass es noch viele offene Fragen gibt. Es gab ja mal das Zwischenurteil, dass hier geurteilt wurde, dass Terra Labs sozusagen ja unrechtmäßigerweise den ganzen Handel ermöglicht habe. Wenn das jetzt endgültig so festgestellt werden sollte, im endgültigen Urteil wäre das deutlich negativ natürlich für die Kryptoindustrie, für die Kryptowährungen auf jeden Fall. Dazu gehören im Endeffekt fast alle Kryptowährungen, unter anderem Solana, Cardano, Polygen, also viele auch der großen Altcoins wirklich. Also hier wirklich sehr spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt, sollte man auf jeden Fall immer einen Blick drauf haben. Es geht aber auch direkt weiter mit Regulierungen und zwar ist die EU auch ja dabei, eine neue Kryptoregulierung zur Geldwäscheverhinderung rauszubringen. Und hier gab es jetzt neue Eckpunkte, die da gegebenenfalls mit reinkommen sollen. Und zwar beispielsweise sollen Unternehmen alle Kryptotransaktionen, die über 1000 Euro betragen, überprüfen sollen. Das wäre für zentralisierte Exchanges wohl möglich, vielleicht noch möglich mit KYC, ETC, aber gerade für DeFi-Anwendung wäre das quasi ein Totschlagsargument. Das ist in diesem DeFi-Sektor eigentlich mehr oder weniger nicht umsetzbar. Zudem soll es noch Einschränkungen geben, was den ganzen Self-Custody-Bereich angeht. Das heißt, dass man im Endeffekt eigentlich einfach nur seine Kryptowährung selbst halten kann. Und hier muss ich persönlich wirklich sagen, oi, 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 ist das kritisch. Denn man darf jetzt wirklich nicht vergessen, jetzt kommen gerade die Spot-ITFs in Amerika, die das ganze Krypto, die ganze Kryptoszene, sag ich mal, schon sehr zentralisieren. Wo viele Leute eben nicht mehr selbst ihre Keys haben für ihre Kryptowährung. Und eigentlich, ich bin auch absolut Verfechter von dem Motto, not your keys, not your coins. Das heißt, die Spot-ITFs sind schon ein großer Schub in die Richtung. In der EU wird es diese Spot-ITFs nicht geben, aus verschiedenen Gründen. Und beispielsweise ist das in der EU unter diesen gleichen Gegebenheiten einfach nicht erlaubt. Trotzdem, wenn man jetzt einfach keine Coins mehr selbst halten dürfte auf eigenen Wallets, wäre das schon ein sehr, sehr, sehr herber Schlag für alle Kryptowährungen. Und natürlich ist das Ganze jetzt noch nicht durch. Das muss noch von der EU abgezeichnet werden. Aber das wäre hier auf jeden Fall ein deutlich, deutlich heftigerer Schlag, als wir das bisher überhaupt im Kryptosektor auch in Amerika gesehen haben. Also hier bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze wirklich weiterentwickelt. Und das könnte potenziell nochmal ein sehr, sehr negativer Faktor für die Kryptowelt, für Bitcoin und andere Währungen natürlich sein. Der in den nächsten Monaten vielleicht kommen wird, wenn die EU wirklich dieses Gesetz verabschieden sollte. Oder es zumindest, sag ich mal langsam in Anschein nimmt, dass das wirklich kommen sollte. Jetzt wollen wir uns natürlich nochmal die Flows wirklich anschauen. Und zwar hier das aktuellste Update so ungefähr. Wir können hier sehen, von den letzten Reports sieht man, BlackRock hat hier knapp nochmal 9000 BTC nachgekauft. Fidelity nochmal knapp 7000 bis 8000 BTC nachgekauft. Auch hier ARK nochmal über 1000 Bitcoin draufgelegt oder 1500 sogar eher. Die kleineren auch alle nachgekauft, der Reihe nach. Die einzigen Zahlen, die hier noch fehlen, sind die von Grayscale, die im Endeffekt natürlich extremst relevant sind. Weil man ganz klar sagen muss, Grayscale ist der einzige ETF, der aktuell stark im Abverkauf ist, beziehungsweise stark am Abverkaufen ist und im Endeffekt, ja, das einzigste Contra zu den großen, ja, oder doch relativ großen, zumindest Spot-Zukäufen der anderen ETFs sind. Wenn wir das Ganze uns nochmal ein bisschen anders visualisieren, hatten wir uns ja gestern schon angeschaut, jetzt nochmal eine abgedatete Grafik, sehen wir es hier auch nochmal sehr schön. BlackRock hat inzwischen die 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin geknackt. Fidelity ist jetzt hier auch knapp bei 800 Millionen, hatten wir uns ja eben schon ungefähr so angeschaut. Und hier sehen wir eben Grayscale, die inzwischen über 1,5 Milliarden abverkauft haben. Und das liegt eben unter anderem daran, hier vorne sehen wir es nochmal, weil die Fees bei Grayscale eben einfach fast 1,5% sind und alle anderen Fees aktuell fast, ja, doch alle Fees durchweg sogar unter 0,5% sind. Das heißt, in Anführungszeichen, eigentlich alle Leute, die hier halbwegs schlau sind, alle Leute, die halbwegs nachdenken und hier jetzt nicht zu inaktiv am Markt sind, würden aktuell eigentlich eher bei Grayscale auszahlen und zumindestens in einen anderen ETF investieren. Es gibt, wie gesagt, jetzt auch erste Indizien dafür, dass viel von diesen Grayscale-Abverkäufen keine direkten Abverkäufe in dem Sinne sind, sondern einfach nur eben diese Fees umgehen wollen. Das heißt, sie verkaufen aus dem Grayscale-ETF und kaufen dann einfach andere ETFs. Das Ganze wird sich in den nächsten Tagen vermutlich nochmal etwas deutlicher abzeichnen. Trotzdem, wie gesagt, sollte man das Ganze im Auge halten, denn, wie gesagt, Grayscale hat immer noch knapp 600.000 Bitcoins. Und wenn hier jetzt wirklich nochmal größere Mengen an OTC-Desks geschickt werden, und dies wird aktuell jeden Tag geschieht, dass heute wurden auch knapp wieder 5.000 Bitcoins an OTC-Desks geschickt, also an Coinbase im Endeffekt, also an den Coinbase-OTC-Desk geschickt, und das kann einfach noch zu enormem Abverkaufsdruck führen, weil man es einfach wirklich ganz klar nachvollziehen kann, dass diese Abverkaufskäufe hier stattfinden und das gibt natürlich erstmal einen sehr, sehr negativen Markt-Impact, auch wenn das Ganze vielleicht umgeschichtet wird. Sollte sich jetzt in den nächsten Tagen wirklich ergeben, dass die größten Teile dieser Abflüsse hier bei Grayscale in andere ETFs wieder reinfließen, wird sich das Ganze natürlich ein bisschen, ja, relativieren in Anführungszeichen, aber trotzdem, wenn hier nur beispielsweise die Hälfte der Bitcoin, die hier abverkauft werden, nicht in andere ETFs fließt, sondern wirklich einfach nur abverkauft wird, dann ist das ein enormer Abverkaufsdruck, den man hier eben einfach in diesen Markt einpreisen muss und den man im Kopf haben muss, wenn man sich die Charts anschaut. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch mal, und dafür gebe ich an Jan weiter. Leute, wir wollen uns heute nochmal die Charts anschauen, und zwar Daily und Hourly-Timeframe. Wir sind ja weiterhin in unserem Breakout und haben das auch schön bestätigt. Die gestrige Day-Kennel war zwar zwischenzeitlich niedriger, nochmal deutlich, hat aber trotzdem negativ geschlossen. Das bedeutet, wir haben hier mit der vorgestrigen Day-Kennel definitiv den Short-Bounce gesehen, den wir jetzt weiterhin ausbauen. Das ist natürlich schon mal ein Zeichen dafür, dass es jetzt tatsächlich weitergeht mit unserem Short-Breakout, gerade weil wir ja auch hier die bearische Divergenz haben auf dem Daily-Chart. Das bedeutet, Higher-Highs auf dem Kurs und Lower-Highs auf dem RSI. Und das trägt alles dazu bei, dass wir jetzt eventuell weiter nach unten hin ausbrechen in diesem Bereich von ungefähr 38.000 US-Dollar, wo wir hier die nächste Zone mit größerem Volumen haben. Oh, das sieht man hier gerade hinter mir nicht. Diese Zone hier mit größerem Volumen haben. Noch dazu kommt natürlich, dass wir jetzt wieder unter den 50-Day-Moving-Average gefallen sind. Und zwar sollten wir jetzt die Day-Kennel so schließen oder vielleicht noch negativer, würde das sehr interessant werden. Denn wir sind hier, habe ich auch in den letzten Videos gesehen, gezeigt, zuletzt unter dem 50-Day-Moving-Average gewesen im September, beziehungsweise Ende September. Und dementsprechend würden wir jetzt das erste Mal seitdem wieder drunter fallen und dann eventuell auch weiter nach unten ausbrechen. Erstere Preisziele wären hier natürlich erstmal 38.000 US-Dollar oder dann halt tatsächlich die 33.000 US-Dollar, wo sich der 200-Day-Moving-Average befindet. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen, aber ich denke schon. Ich denke auch, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wir haben momentan einfach das bestätigte Breakout hier unter diese Trendlinie, brechen weiterhin nach unten aus. Das bedeutet, wir können eventuell erwarten, dass diese Weekly-Kennel tatsächlich noch negativer wird, als sie das bis jetzt schon ist und dementsprechend auch noch weiter nach unten hin dampen. Wenn wir uns mal den Stunden-Chart anschauen, dazu möchte ich noch kurz die DMAs ausmachen, dann können wir auf dem Stunden-Chart auch erkennen, sind wir ja hier immer noch in dieser Seitwärtsbewegung und wir hatten jetzt zwischenzeitlich auch schon einige Breakout-Versuche. Einmal hier, dann hier natürlich, wo wir direkt wieder aufgekauft wurden, hier, wo diese extrem volatile Candle war, die tatsächlich dann noch extrem grün geturnt ist, dann erneut hier am gestrigen Tag war das, glaube ich, und jetzt heute haben wir hier erneut den Breakout-Versuch, tatsächlich in der gleichen Vor-Auli-Candle, lustigerweise hier gestern 17 Uhr und heute 17 Uhr. Also mal sehen, wie diese tatsächlich dann schließen wird, aber sie ist natürlich auch noch über drei Stunden offen und dementsprechend können wir uns nochmal die 1-Stunden-Kerze anschauen, denn gestern hatten wir hier zwischenzeitlich auch eine One-Hourly, die dann aber hier wieder durchgeturnt ist, sage ich jetzt mal. Also wir sind dann hier, hatten hier wieder einen Trendwechsel, sind wieder nach oben gepumpt und heute sieht das Ganze natürlich nochmal um einiges negativer aus, denn wie ihr hier erkennen könnt, haben wir ja hier eine deutlich größere rote Short-Candle, als das hier gestern um 17 Uhr der Fall war und dementsprechend können wir heute eventuell erwarten, dass wir hier ein weiteres Breakout sehen. Breakout-Bestätigung würde ich tatsächlich sagen, wenn wir hier einen Close haben unter den, ja, 41.700, wo wir hier zuvor den niedrigsten Close, sage ich jetzt mal, hatten von dieser temporären Bewegung hier, also sollten wir hier unter, ja, 41.700, 41.600 schließen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es recht rasant weiter Short gehen wird in Richtung der 38.000 US-Dollar. Ob wir das diese Woche erreichen, hängt natürlich ein bisschen vom Kurs ab, aber wir haben natürlich immer noch drei Tage bis zum Weekly Close und dementsprechend könnten wir auf jeden Fall erwarten, dass wir nochmal in diesen Bereich fallen. Allerdings müssen wir natürlich auch sagen, dass der Hourly RSI schon einigermaßen niedrig ist. Wir sind hier jetzt gerade von der mittleren Linie rejected worden, das bedeutet, ein Breakout nach unten ist natürlich noch möglich, aber ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt ein unglaubliches, riesiges Breakout sehen. Vielleicht fallen wir in Richtung 40.000 US-Dollar, das halte ich für durchaus realistisch, aber das Ganze passiert, wie gesagt, Leute, nur wenn wir hier einen Lower Close sehen, sage ich jetzt mal, also einen Close unter den 41.700 US-Dollar. Und in diesem Sinne, Leute, war es das auch mit der Chart-Analyse in dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat es vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abonema da und aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von unserem Daily-Content, den wir immer bringen, egal aus dem Urlaub oder ob einer von uns verletzt ist, findet er letztens auch einen gebrochenen Arm, hat trotzdem Content gemacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.